Läuft die Musik im TS weiter, aber ich höre sie nicht mehr und ihr hört sie nicht mehr. So, wir spielen als allererstes Train Simulator. Ich habe mir doch schon eine schöne Strecke ausgesucht. Die ist hier auch schon blau markiert. Wir fahren den Intercity Express 2 von Hamburg nach Hannover. Dieses Szenario dauert 85 Minuten. Also, sind wir eine Weile unterwegs? Also, nicht böse sein, wenn ich immer hin und wieder mal nicht auf den Chat reagiere oder so weiter, weil Hamburg-Hannover hat, glaube ich, bei den Strecken kein AFB. Wie geht denn jetzt hier alles? Okay. Halli und Queenie. Okay. Die gehen in den Frauenruherraum. Okay. So, die Strecke werden wir also spielen. Ich habe da zwar schon irgendwie 804 Punkte mir mal geholt, aber wie ihr seht, kein Stern dahinter. Also im Grunde genommen nie abgeschlossen. Schauen wir mal, was uns da erwartet und wie stark ich da wieder fehle. Kaffee ist auf jeden Fall frisch. Ich habe gerade im TS gesagt, ich habe mal das andere Spiel heruntergeladen. Nein, in die 1 erstmal Passagiere heranholen. Zugvereinflussung. Zugvereinflussung, ist mir klar. So, dann werden wir gleich noch AFB hier mal reinnehmen. So. AFB. Schauen wir mal nach, ob wir alles anhaben. Nicht? Komm mal. Geht auf. Jo, geht. So, Strecke. Wir haben hier also richtig, ne? Richtig was zu tun. Der Zug ist bereit für die Weiterfahrt, ne? Ist doch erfreulich. So. Dann machen wir mal hier. Dann machen wir mal hier. Hm. So. Maximal 40. 40. Da muss ich sehr viel auf die Signale achten. Jetzt können wir dann schon mal 60 fahren. Jetzt. Da war noch gleich 80. Ach, da unten ist die Geschwindigkeit, wie schnell du fahren darfst. Ja, oder die Signale, also da darfst du nicht, kannst du dich nicht drauf verlassen. Da muss ich auch mal sagen. Ich muss auf die Signale achten. Du musst auf die Signale achten. Okay. 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 Geht leicht bergab. Zwingend Null. Wir wollen ja die 80 nicht überschreiten. 80. Da war gerade ein Signal mit einer 8 drunter, das heißt, wir dürfen weiterhin nur 80 fahren. So. Nicht so, wie da steht. Nicht so, wie da steht. Hallo Peter. Ja, ich heute als Zugführer, ja. Wenn es zu laut ist, bitte melden, schreien, machen wir das Spiel leiser. So, wir wollen mal einkaufen fahren. Alles klar. Viel Spaß. Jetzt. Oh, okay. Ne, das war flog. Wenn der da einkaufen geht. So, jetzt wissen wir auch, warum wir nur 80 fahren durften. Gleiswechsel. So, warten wir aufs nächste Signal. Das ist 8. Hamburg-Hannover. Peter. Hamburg ist aber gestartet. Fahren nach Hannover. Ah ja. So, wir haben grünes Licht. Okay, also können wir Stoff geben. Jetzt können wir richtig Stoff geben. 160. Okay. Okay, alles grün. Freie Fahrt. Okay, alles grünes. Okay. Und was haben wir da gerade gesehen? Wir haben die falschen Lichter an. Mal hier auf die 1 gehen. Jetzt aber wichtig. So, nach vorne können wir schon wieder Gas wegnehmen. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Ah ja! So, lassen wir mal die Passagiere aussteigen. Es ist leider laut, weil wir diesmal genau im Triebwagen sitzen. Die Alyse-Patienten, okay. So, erfolgreicher Halt, okay, können wir wieder... Weiter geht's! Nächster Halt, Lüneburg! 10.27 Uhr sollen wir da sein. 37 Kilometer. Ja, IC2 ist so kurz. So, 120. Gehen wir mal hoch hier. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Ja, Passagiere haben wir auch. Gehen wir mal hoch. Das grünen! Ja!